Und wir kommen an hier auf der Zielgeraden und Motor aus und sind am Spot. Bevor das Video jetzt richtig losgeht, kurze Frage an alle internationalen Zuschauer, auf welchen Sprachen ihr gerne die Videos noch übersetzt hättet. Die kommenden Videos haben dann Untertitel in der Sprache, die du am besten verstehst. Ja und an diesem Spot geht es jetzt testweise auf Kalmar, auf den Squid. Dariana hatte was gepostet im Discord, hatte dort einen Spot, also diesen Spot gepostet, mit verschiedenen oder mit einem Küder, der gut funktioniert hat. Und sie stand hier an der Stelle wohl drei Stunden und hat ganz gut gefangen. Dieser Fisch oder der Kalmar ballert halt richtig gut rein vom Silber. Und heute im Wettangeln hatte ich hier oben auch welche gefangen, auch auf einer ähnlichen Höhe. Sie hatte geschrieben auf 35 Meter und das testen wir jetzt mal. Ich teste allerdings als erstes einmal eine etwas andere Montage und zwar auf den Real Warm. Real? Ne, doch, das ist er, doch. Real Warm 7003. So, kurz aufstehen. Und dann jetzt hier auf 35 Meter Tiefe. Auch das werde ich testen. Ich werfe mal hier vorne so schräg hin, dass wir hier die ganz tiefe Stelle haben. Und jetzt kommt eine andere Sache, die auch super spannend ist. Man kennt dies, das vielleicht, oder diese Einstellungsmöglichkeit vom Posenangeln. Das hatte ich in einem Video schon mal gezeigt zum Donets. Da hatte damals der Schnups gesagt und da was getestet. Und meine Algen, probier mal hier das Angeln mit dem Clip. Und wir machen jetzt hier auch den Clip rein. So, auf 35 Meter. Und da hatte Moppel mich nochmal angeschrieben, gerade nochmal reingeschaut. Und meine Algen, probier doch auch mal mit dem Clip hier. Und was passiert, ist quasi genau das gleiche wie beim Posenangeln. Jetzt natürlich in die Tiefe und nicht wie beim Posenangeln in die Waagerechte sozusagen. Dass da die Pose jetzt runter oder rüber treibt. Nur auf 30 Meter. Hier gehen wir jetzt 30 Meter in die Tiefe. Und jetzt hält es genau an. Genau 35 Meter. Jetzt haben wir hier unten den Clip. Und jetzt können wir hier mit dem Clip und offenem Bügel, ich hoffe man sieht das. Ich ziehe mal ein bisschen hoch. Der Bügel, hier an der Seite sieht man es so ein bisschen, der Bügel ist noch offen. Und ich kann jetzt hier pilken und das Ganze geht jetzt hier quasi nur mit, also das ganze Pilken nur mit dem Clip. Und jetzt jicke ich hier oder pilke hier so ein bisschen rum. Und sobald ein Fisch kommt, dreht sich natürlich sofort die Zahl da unten weiter. Also wir haben ja hier die bunte Schnur drauf und ich muss mal eben gucken, ich mach mal eben, ja doch locker geht. Und ja natürlich geht auch dann hier das Pilken weg. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also beide Sachen reagieren dann sofort. Zum einen das Pilken, dass das weg geht. Zum anderen geht dann natürlich auch die Schnur weiter. Also die 35 geht dann irgendwann wahrscheinlich in Richtung 40 oder das dreht sich einfach ringsherum. Das testen wir jetzt einfach mal. Also ob das die Tiefe ist, das ist die gute Frage. Ich glaube beim, ja doch bei dem Spot da oben auf diesem 190er war ich ein bisschen tiefer. Hatte innerhalb von kurzer Zeit zwei relativ große 500, 600 Gramm Kalmare gefangen. Und es ging richtig gut. Also es ging halt richtig gut ab auf diesen Köder jetzt hier. Dariana hatte geschrieben und das baue ich gleich mit dem anderen Setup nochmal zusammen. Hatte das mit dem, oh, Biss. Na guck, vielleicht einfach nur ein bisschen hängen lassen. Hatte das mit dem, ähm, mit dem Bond hatte sie das gemacht. 825er 06, auch das bauen wir jetzt gleich zusammen und testen das. Wenn das jetzt allerdings hier sofort Ergebnisse liefert, bin ich auch hiermit schon super zufrieden. Nope, erster Fisch, ein Shell-Fisch. Naja, nett, aber den wollen wir nicht. Also, was sie gemacht hat, das machen wir direkt hier mit diesem Setup. Guck mal hier, damit war ich gerade noch groß unterwegs. Wir bauen hier eben um auf, beziehungsweise, nee, wir nehmen auch das andere Setup, die andere Route. Denn da haben wir ja noch ein bisschen Plus drauf. Auf die Montage und alles. Wir gehen hier auch auf die Pilt-Montage. Nehmen dann hier den Bond. Ähm, 125 als 06er. Das ist er hier. Zusatzhaken 2.0 hatte sie jetzt drauf. Hab ich gar nicht. Das heißt, ich nehme 4.0. Bisschen größer. Ähm, dann hatte sie hier die Fire Sticks in Red mit dem Leuchtschlauch. Jawohl, dass wir da so ein bisschen Farbe haben. Und dann hat sie da auch noch hier diese Tubes. So, und dazu auch noch ein, ich musste gerade nochmal nachschauen genau, es ist ein Köhlerfilet. Davon habe ich zum Glück auch noch einige. Auch hier machen wir jetzt hier wieder den 35 Meter Clip. Er ist sogar noch drin. Und dann gucken wir, wo sind wir hier. Wir sind schon wieder abgetrieben, ganz weit. Das heißt, auch hier nochmal eben wieder zurück. Wenn die Drift so hart ist, muss man das leider öfters mal ein wenig korrigieren. Und weil wir jetzt aber wissen, dass wir in diese Richtung driften, fahren wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Auf die andere Seite von dem Loch jetzt hier. So. Siehste. Und jetzt haben wir hier auch schon eine Anzeige. In diesem Bereich hier waren so auf 20, 30 Meter auch schon einige Fische zu sehen. Und raus damit. Auch hier jetzt wieder auf 35 Meter. Das sinkt jetzt von alleine ab. Ich bin super gespannt. Und da geht schon was rein. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Da kam schon direkt der Biss durch den... Der Clip hat sich von alleine gelöst und da war der Biss. Ja, wie gesagt, man kennt das vielleicht von irgendwelchen Dokus, wie... Da ist er schon. Wie die Kalmare gefangen werden. Gerne auf... Auf leuchtende Köder. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir den versuchen, auf einen leuchtenden Köder zu fangen. Werde ich auf jeden Fall nochmal probieren. Also, schönes Ding. Nehmen wir so gerne mit. Witziges Teil auf jeden Fall. Und man sieht's XP-mäßig richtig gut. Aber eben auch von dem Silber her auch richtig gut. Das Ganze direkt nochmal raus. Das sieht doch schon mal gut aus. Fängt doch schon gut an. Nehmen wir auch gerne so mit. Und wenn die hier auf 35 Meter gerade stehen, dann testen wir das doch weiter. Und der nächste. Ei, ei, ei. Leicht gepiekt. Also es kam noch nicht mal die Führung. Zwei, dreimal gezuppelt. Nachdem ziehen wir jetzt nochmal wieder kurz um. Also ich fahre nochmal eben jetzt direkt an das Loch. Beziehungsweise nochmal in die andere Richtung drüber. Oha. Oha. Nicht schlecht. Europäischer Seehecht. Also sehr, sehr unterschiedliche Fische gerade hier drauf. Auch das ist schon mal richtig gut. Um eben nochmal mehr oder eine erhöhte Chance zu haben, dass wir mehr Skillpunkte bekommen. Also Skillpunkte fürs Meeresangeln. So, mal eben drehen. Da haben wir jetzt das Loch. Jetzt fahren wir mal kurz wieder drüber in die andere Richtung. So. Und ich bleibe auch hier am Loch ungefähr stehen. Zack. Motor aus. Es treibt noch ein wenig. Und dann treiben wir wahrscheinlich gleich wieder zurück. So. Und da sehen wir immer wieder hier in diesem Bereich diesen Schwarm. Und diesen Schwarm, den hätte ich ja schon gerne. 7 Meter bis irgendwas um die 30, 33 bis 40 Meter vielleicht Tiefe. Ich behalte das nochmal auf den 35 Metern. Und da geht er wieder runter. Ei, ei, ei. Da muss man auch echt manchmal zuschlagen. Aber man sieht das tatsächlich gut. Dieses, ähm... Das Rädchen hier quasi. Was man eben nur sieht mit dieser Schnur. Zack. Da ist der nächste. Sehr schön. Dieses Rädchen funktioniert eben auch. Also es geht halt sofort los. Sobald da was gebissen hat, ist tatsächlich eine richtig gute Anzeige. Einfach den Bügel offen lassen. Der Clip löst sich automatisch. Und der Biss oder der Fisch halt oder der Kalmar, der haut dann ab. Und kann dann einfach schön ziehen. Ganz, ganz gute Lösung. Super praktisch tatsächlich. Und das hier auch nur, wenn man so ein bisschen steht. Ich mache zwischendurch tatsächlich immer so ein leichtes Gezuppel hier. Und es kommt noch nicht mal direkt die Meldung des Pilken. Also es kommt noch nicht mal die Meldung Pilken. Sondern einfach nichts. Aber vielleicht reicht das schon, um zu Triggern. Und da ist direkt der nächste. Siehste. So easy geht das. Also wirklich cool. Macht tatsächlich auch Bock so. Weil man eben tatsächlich gar nicht so viel machen muss. Zwischendurch mal ein bisschen rumgezuppelt. Na, was haben wir hier? Eine Makrele auch wieder. Auch hier wieder Skillpunkte bekommen. Immer wieder gut. Sehr unterschiedliche. Stopp. Sehr unterschiedliche Köder. Ich habe jetzt hier nochmal einen roten. Den roten Pilker quasi. Guck mal da. Schön. 743 Gramm. Ist glaube ich gerade mein größter. Sehr, sehr nice. 743 Gramm. Tipptopp. Also gerade nochmal etwas geändert. Auf den roten 125er. 4 Nuller. Und dann den Leuchtschlauch. Genau die Tubes mit dran. Kühler mit dran. Auch das hier auf 35 Meter Tiefe. 30 Meter. 35 Meter. Wir sind angekommen. Und auch hier jetzt direkt wieder anfangen. Mit dem Pilken. Das Pilken scheint auch den Kalmar, den Squid zu locken. Und lockt auch nicht zwingend nur andere Fische. Also scheint zu funktionieren. Hier wie gesagt an der Stelle funktioniert es. Andere Möglichkeit. Oben rechts in der Ecke. Wenn ihr eher in dem Bereich gerade unterwegs seid. 190 Meter Loch. Ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade nachts noch mal besser funktioniert. Gerade mit diesen leuchtenden Partikeln. Dass man dadurch den vielleicht sogar einfach noch besser fangen kann. Ja das Einkurbeln und Absinken lassen. Das ist tatsächlich so ein Ding. Zack der nächste mit 900. Jawollski. 907. Sie werden immer größer. Das Absinken lassen und das Hochkurbeln. Das ist tatsächlich so ein Ding. Aber bisher muss ich sagen. Bin ich schon wirklich zufrieden. Wenn wir hier mal schauen. Von den Squid. Von den Kalmar. Sehr sehr schön. 15, 23 Minuten jetzt hier. Insgesamt. Ich werde gleich noch ein bisschen weiter testen. Weiter probieren. Und dann gucken wir gleich auch noch mal kurz in den Kescher rein. 1,47 Kilo. Ist das der Hammer. Sie werden ja richtig groß hier die Brocken. Wham. So. Ich habe noch ein bisschen weiter durchgezogen. Und wir schauen jetzt natürlich noch mal eben rein. Was wir denn jetzt hier so im Kescher haben. Mal eben nach Preisen sortieren. Und ich glaube man sieht warum so ein Squid so interessant ist. Kohlemäßig. Einfach der absolute Hammer. Hier 94 Silber für 1,4 Kilo. Bis hin. Ja 500 Gramm. Immerhin noch 34 Silber. Also eine Stunde jetzt rausgefahren. 600 Silber in einer Stunde. Und das Ganze mit einem ziemlich leichten Equipment. Und ja. Kann man machen. Und dazu kommt. Und dazu kommt. Skillpunkte waren auch noch gut dabei. Weil so viele unterschiedliche Fische. Auch noch gut Skillpunkte gemacht. Jetzt bei 57,3. Ich bin mega zufrieden. Dankeschön nochmal fürs Teilen der Spots. Daumen da lassen. Wenn es dir geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags. Immer um 19 Uhr. Und zur Zeit immer noch jeden Tag hier. Jeden Tag hier. Am Meer. Bis zum nächsten Mal. Uhhuh. atha... Bis zum nächsten Mal.